Herzlich Willkommen zur ersten Folge vom Bausimulator mit Voice Kommentar und zur ersten Folge vom Bausimulator Multiplayer. Zusammen mit dem Tanzbär. Hallo. Ja das hört man. So. Okay wir haben heute wieder viel vor. Wir haben gerade die Fertigwände geholt von der Fabrik. Der Tanzbär wird jetzt den Kran übernehmen und die Fertigwände platzieren. Währenddessen werde ich wieder das Betonteam hier aufbauen. Weil danach, wenn ich mich richtig erinnere, müssen wir wieder Beton pumpen. Genau. Deckenbau. Ne da haben wir eine Materiallieferung. Ne die habe ich schon gemacht. Betonieren doch. Wir müssen zuerst ein bisschen was draufheben und dann wieder Beton pumpen. Jonas immer Licht anmachen, damit hier alles schön beleuchtet ist. Ja wir sehen uns nach einem kleinen Zeitraffer wieder. Musik 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.